Fantastisch! Und wir beide, wie gesagt, am iPad aufnehmen und zwar aus dem Grund, damit wir mit euch zocken können, weil man am PC ja immer langsamer ist als am iPad und am Handy. Jetzt ist allerdings nur noch einer von den Kollegen ja online, das ist ein bisschen blöd. Habe ich mir Süßigkeiten aus dem Arsch knabbern? Jetzt ist nur der Joe CoC online gerade, aber okay. Ah, der kommt rein. Ne, Invite-Rechte gibt es hier gar nicht wahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal jetzt hier eine. Ich lege mein Tablet mal eben hin. Wie machst du das? Spielst du halt irgendwie so am... Hast du das Tablet in der Hand oder liegt das bei dir auf dem Tisch? Es liegt bei mir auf dem Schoß sozusagen. Ich chill gerade in meinem Sessel. Achso. Ja gut, das ist natürlich... Cheaterer, sag ich jetzt mal. Erstmal jetzt umgewöhnen hier. Ja, genau. Was hast du gehabt? Äh, ich hatte... Ich muss mich jetzt echt mal umgewöhnen, vor allem, weil ich jetzt quasi... Ich habe noch nie gespielt, als das Ding... Das Ding... Als das Tablet bei mir hier auf dem... Das Ding bei mir hier auf dem Tisch lag. Alter. Nein, ich habe mich selber geschnürtet, ich däme. Matthias ist gar nicht da, dass er mitspielen könnte? Ja, Matthias hätte ja wieder die ganzen Blitze. Ja, ist ja egal. Hauptsache zu viert dann. Ja, vielleicht kommen ja gleich... Vielleicht kommen ja gleich noch Leute online. Müssen wir mal gucken. Am Montag um, was ist ich, wieviel Uhr, nicht mal online sein, alles, ja. Nein, was machst du denn mit mir, du Dummer? Komm mal zurück. Kein Magneten, ey, ihr Arsch. Ach, du bist wieder der Stinktier, ne? Freut mich, wenn ihr oben seid, dann kriegt ihr eine schöne Chap-up. Nein, da sind wir durchgelaufen. Ach, mach mal. Alter, wie weit er schon wieder aufführt, was soll die Kacke denn? Es sieht mega anders aus auf dem Tablet als auf dem PC, von der Auflösung halt her auch. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn der... Ja, der Typ ist in die Falle gelaufen, oh mein Gott. Toll. Nein! Ja, ja, wunderbar, ich hab dich geschnürzt. Mit meiner... Erster... Mit meiner Dingsens. Lol, der Typ ist auch in die Falle, ist auch dagegen gelaufen, gegen die Box, und deswegen hab ich... Alter. Oh mein Gott. Wie er schon wieder am Cheaten ist. Mach du mal, ich würd sagen, mach du mal ein Spiel auf. Vielleicht hast du ja noch ein paar Freunde in deiner Liste oder so. Ich schreib in der Zeit bei ihm, stell Matthias, ob er online ist. Ich hab auch nur einen einzigen. Toll. Weißt du, wir haben nur einen einzigen. Ich mein dann doch... Ja, nee, das wirst du gewesen. Ja, schreib mal Matthias, ob er... Ach, du hast Passi? Wie, du hast Passi? Nein, du hast Passi als Freund dann quasi, oder? Weil ich hab ja diesen Joe gehabt. Na gut, warte mal gucken. Ja, ja. Er kann ja nicht reinjoinen, wenn du ein neues Game gemacht hast. Ja, ja. Runde... FR? Na gut. Wir sagen, wir spielen schon mal eben, oder? Warte, Chat. Hi! Hi Posse! Hi! 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 Halt wir uns hier nicht so lange mit Dingens auf. Du cheater doch sowieso, oder? Warum? Vor allem seid ihr aber noch zu zweit und zwei Stinktiere. Ja, ich will den Wunsch. Wir haben mich so schnitzeln wollen. Wie er sich freut! Nein, du Affe! Passi, ey. Ich hasse dich jetzt schon. Matthias sagt in ner Stunde, ahhh. Ich bin ja auch noch in die Scheiße reingelaufen! Ich verliere bestimmt wieder jede... Wie weit er schon mal da vorne? Es ist so unglaublich, ey. Der cheater doch... Der cheater doch gar nicht weit! bist? Ja, da auch was gezündet ist. Leute, ist er vor mir? What the fuck? Nein! Du suck! Ich hasse dich! Nein! Ich... Hey, du hast es schon richtig gesehen. Ich bin der schlechteste Spieler ever, ey. Unwirklich. Nein! Ich bin der schlechteste Spieler an der Zeit. Nein! Ich bin der schlechteste Spieler an der Zeit. Das gibt's nicht, ey. Ich fall überall rein. Ich krieg alles ab. Es ist unglaublich. Ja, das ist halt so. Oh, dritter. Ich geh nicht. Freust du dich, dass du dritter bist? Ich bin extremst begeistert. Das ist natürlich sehr angenehm. Der Unterhaltungsfaktor ist hier, glaube ich, bei mir gerade recht hoch. Fandern ist einfach geil. Ich mach das extra. Ich finde immer extra, damit die Leute bei mir ein bisschen Spannung haben. Drück zwar gerade so auf Start. Ja, du fühlst... Natürlich fühlst du gerade extra logisch. Ja, ganz klar. Ah, wobei, ich hab grad ne coole Idee gehabt. Nach dieser Runde schreib ich mal eben ganz kurz bei Facebook, dass alle Leute, die in der Runde Fun Run spielen wollen, mal eben mitspielen können. Das ist doch mal eine gute Idee, wa? Yeah, warte! Komm zu Fun Run! Fun Run macht Spaß, aber nicht für mich, weil ich immer verliere. Und jetzt kriegt ihr gleich einen schönen... Ah, genau. Kriegt ihr gleich eine schöne Säge in die Fresse? Komm mal schön zurück, du kleiner Pisser. Haha, ich riebe dich aus. Boah, wie ich gerade vordüse. Alter, es ist unglaublich, ey... Ja, genau, Passi, überhol mich auch noch, du kleiner Sackbauer. Haha, ja, genau, als ob ich in diese Falle reintreten würde. Ja, komm doch, komm doch. Alter, wie weit da vorne ist, es ist unglaublich. Oh, Leute, ich bin da wirklich mega weit vorne. Alter! Ja, was ist denn da los mit euch? Ich hab keine Ahnung, was du da gerade treibst. Ja, bitte sehr. Ich hab uns gegenseitig geschnetzelt. So, mal schauen, ob meine Säge, die dann zurückkommt, dich noch treffen wird. Ne. Ne, schade. So weit warst du am Ende gar nicht mehr vorne, aber trotzdem... Doch, ich war schon gut nach 10 Sekunden bestimmt. 10 Sekunden waren das nicht. 6,94. Ja, fast 10 Sekunden. Ja, warte, komm, ich schreib mal eben ganz schnell hier rein. Schreib mal kurz in Fadzebuck. Dann mach ich mal eben ein Spiel auf, vielleicht kann dann... Passi müsste ich doch auch in der Freundesliste haben, oder nicht? Passi 187 wirst du dann sehen. Ich hab keinen einzigen online. Machen Leute, ja. Bei mir ist auch gerade kaum einer. Ne, nicht. Viele Einladung. Bei mir ist auch kaum einer online, das ist komisch. Aber es ist halt Montag, ne, um... Weiß ich gar nicht, wie spät ist es? 15.40. Spät Nachmittag oder so, weiß ich nicht. Musst ja eigentlich... Das ist ja 15.40 gerade mal. Ist ja kaum was. Ähm... Mach mal Dinges und laden mich mal ein, wenn du auf Facebook geschrieben machst dann. Auf jeden Fall, Funwan finde ich immer noch am lustigsten. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich finde es immer noch mega cool. Ich verliere ja immer. Nicht für Matthias, du weißt. Dann bist du zumindest immer Zweiter. Das Problem ist, ich hab überhaupt keinen Freund mehr online in der Liste jetzt gerade. Die sind alle offline. Dann musst du mich, glaube ich, mal einladen. Okay, was lade ich ein? Weil ich meine, solange wieder einer den Beitrag liest... Ah, ich hab jetzt drei Leute da insgesamt. Das ist gut. Der Dizzy McDizzle. Dizzy McDizzle. Dizzy McDizzle? Dizzy McDizzle. So, der Passi ist offline gegangen. Na, ganz klasse. Dizzy McDizzle kommende Mann. Gerade erst online gekommen. So kann ich nochmal einladen. Ich hoffe mal, es werden ein paar Leute das bei Facebook lesen und dann mal noch umzuschauen. Guck mal, nach dem Run nochmal ganz kurz dann gucken. Da kannst du ja aufmachen. Da sind bestimmt fünf Milliarden Leute online. Das glaube ich nicht, aber... Vier Leute würden ja schon reichen. Naja, zwei neue halt dann noch, außer uns beiden. Soll ich einfach starten, dass wir beide gegnern sind? Oder hast du noch einen? Da noch Friendless. Hier hat einer kommentiert, ist Fun Run ein Spiel? Nein, das ist eine neue Gemüsesorte. Machst du ein Game of? Ja, einer ist immer noch da. Ja, gut, dann mach ich. Machen wir erst so dritten Spielchen und dann... Ja. Er kommt bestimmt da. Kaiser ATV. Machen wir einfach mal ein Spielchen und danach wird bestimmt ein Vierter dabei sein. Auf jeden Fall, warum fehlt Matthias irgendwie noch? Ja, damit ich auch mal Zweiter bleibe. Jetzt hab ich immer Angst, dass ich Dritter werde. Juhu! Ah ja, klar. Ah, ferngesetzt. Bitte sehr. Oh, vor allem, du hast ein Schild gehabt. Alter, jetzt hat er schon wieder so eine Scheiße, ey. Oh, Leute. Au. Kleiner Sackbauer, ey. Bist du da gewesen, der grad die Dings hochgelaufen ist, die Wand? Ja. Ja, okay, du bist direkt vor mir, du sauer. Wieso bist du vor mir eigentlich? Weil ich der geilste bin und jetzt ultraschnell bin. Bitte. Das macht mir gar nicht, denn ich habe noch eine Rakete. Nein! Bitte! Nein! Ach, kacke, ey. Weißt du, direkt an der Mauer zurückgeworfen worden. Ich bin schneller als mein eigener Schatten. Nein, ich bin doch nicht. Nee, doch nicht. Oh, ja. Ja, ich hab... nein, ich hab nicht gewonnen. Jetzt hab ich gewonnen. Huiuiui. Aber wo sind die anderen denn, lol? Voll schlecht. Die Schnauze. Kommt da auch mal einer ins Ziel? Der Zweiter, cool. Ich dachte, ey, warum ist denn der hinter mir gewesen? Cool. Ja, warte, ich mal jetzt mal eben noch ein neues Spiel auf, dann gucke ich mal, ob noch welche da sind. Ja, mach mal. Ja, drei Leute, passt doch. Jetzt hat mich dieser Dizzle McDizzle eingeladen, weißt du? Kommt bei uns aber nicht rein, aber lebt mich ein. Dizzle McShizzle. Wieder der Kaiser ATV und der Jaycock, also die beiden, die jetzt schon mitgespielt haben, kommen jetzt nochmal dazu. Wat? Ja, der Jaycock war der Erste gewesen, mit dem wir gespielt haben. Ja. Ja, ist ja egal. Hauptsache, wir kriegen Leute voll hier, ne? Alle mit drei Streifen. Das ist echt scheiße, ey. Das müsste dir eigentlich mal ändern, weil ich sehe nie, wer du davon bist. Ich werde den Bunny kaufen bald. Ja, mach doch. Hol dir mal das Playboy Bunny hier. Ja, fehlt da noch ein bisschen was. Ja, vor allem das ist, ich will eigentlich nur nicht letzter werden. Also, das ist, weil das ist sowieso einfach so unberechenbar. Das ist eigentlich auch das Geile an diesem Spiel, ne? Nein, ich hätte es fast geschafft auszuweichen. Alter, ich sehe dich nicht, wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Ich weiß nicht, ob du das bist. Ich hatte meine Chap rein. Ich habe bis heute immer noch keine Ahnung, wer davon du jetzt bist und wer nicht. Ja, komm, gönnt euch. Habe ich dich ganz gut gemacht? Du bist immer noch vor mir, oder? Bist du der Erste? Nein, ich bin Vierter. Ich bin Vierter. Alter, du musst echt dir mal ein neues Teil kaufen, Alter. Das ist echt... Jaaa! Ich habe keine Ahnung, wer du da bist. Wir sind zu wenig. Hier ist einer mit einem Skateboard, einer, der fliegen so Sterne aus dem Arsch. Einer mit, weiß ich nicht, mit Ballons oder so. Bei mir fliegen Blümchen aus dem Arsch. Ja, okay, das kann ich aber so schnell auch nicht sehen. Ja, musst du hingucken genauer. Komm, 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 ich will nicht letzter werden. Das ist mega. Komm, 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 komm. Road to Victory. Lauf, 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 lauf. Ja, was ist denn das? Mein beschissenes Drecksvieh, ey. Dein beschissenes Drecksvieh? Ach nicht. Gut, ernst. Oh, ich komme einfach nicht an diesen einen Sackbauer ran, ohm Scheiß, ey. Es ist unglaublich. Jetzt habe ich das Matthias Glück. Ja, jetzt bin ich Vierter. Toll. Kurz vor Schluss. Habt ihr recht? Ohhhh. Kurz vor Schluss. Ich war die ganze Zeit Zweiter. Und dann am Ende. Glück, ich habe einfach drunter gewonnen, ey. Du bist Cheater gewonnen. Ohhhh.